Wir sind im sechsten Zeitlauf über die 400 Meter Parallel dazu, das Ergebnis des fünften Zeitlaufes mit dem knappen Seed von Emir Hekretsch in 47,83 Minuten auf der Anzeigenhand. Das Scoreboard, du kannst sehen, im Namen der Sons auf der 5. Speed, auf der Anzeigenhand. Ja, willkommen auf die letzte 50 Meter und wir wünschen, wenn ihr interessiert, braucht ihr einen 7er-Haus, 7,14, 7,45 Sekunden.